Riragu, holt's es gut in Erinnerung. Wie meinst du jetzt das? Ich zieg zum Maus haben ein Liedl. Und wer kocht und wer wer starb? Ihr. Wir. Wenn ihr die Oma besser behandelt hättet, wär's gar nicht so weit gekommen. Ha, die können was erleben. Dann mach ich einen Führerschein. Führerschein? Jetzt bin's komplett. Oma! Sauber, Burschl, jetzt mein ich hörst wirklich an Fallen. Pauli, ich bin der Onkel Rudi. Den lebe ich nicht. Wie gefällt dir das, du kleiner Peri-Hassling? Weißt du, wer heute im Kindergarten war? Oder aus Perversien? Aus Perversien? Welche heiße Spur führt dich in unseren Kindergarten? Das hängt in jeder Tankstelle von da bis gar nicht. Wir gehen hier nicht weg, bis sie meinen Schwiegervater suchen lassen. Wo so ein Ohrwarschlitz ist, ist meistens noch mehr. Was soll denn das sein? Ich muss einen Stellvertreter benennen, Sie machen das. Ich? Wir können jetzt den Männern zeigen, wo der Rubel hängt. Super. Franz? Ja, nein, ich weiß auch nicht. Wenn die Frau karrieremäßig an dem Mann vorbeizieht, dann ist der eh auf dem Ausdruck. Wir sind für keine Wärmestube, gell? Sag mal, brennt dir so ein Hut, du aufgagelte Mistammler? Was ich mir das sagen lassen von so einem gründigen Zwetschgemantel wie dir da, der Maurer, das Loch lassen? So ein Mann ist ein hochsensibler Mechanismus. Du streichelst die ganze Zeit dein Handy. Das ist ein Spiel, ich muss die fünf Minuten am Tag streicheln. Wer kommt denn der blöcklichen Graben her? Leck mich am Arsch! Aber so was von einem Art Blicken! Sag einmal, spitz du! Rumba-Samba, Rumba-Samba, Rumba-Samba! Rumba-Samba, Rumba-Samba, Rumba-Samba! Auf geht's! Bitte nicht in die Gülle, Grube! Sag dir einfach, es wäre Fango! Rumba-Samba! Warum fotografiert sie euer Bier? Instagram! Einen Like hab ich schon! Dann like mich doch einfach am Arsch! Die Infobox auf precisa! Ich noch nicht.